Für Samstag und Sonntag werden Rekordtemperaturen erwartet. Am Samstag soll der bisher wärmste Tag des Jahres werden. Sorgt bei eurer Wochenentplanung am besten für viel Abkühlung. Indoor wird es sicher angenehmer. Ansonsten macht euch bereit für viel Zeit am Wasser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018